So, da bin ich wieder zurück. Ich bin auch gerade live gegangen auf YouTube. Ich habe ja gesagt, ich mache die Aufgaben dann mit euch zusammen. Da kam gerade ein Follow rein. Ich mache die Aufgaben mit euch zusammen, aber ich habe mir selber hier das Video noch nicht angeguckt. Ihr hört schon im Hintergrund die Lobby-Musik, ich liebe sie einfach. Wir gucken einfach mal zusammen rein, denn ich dachte eigentlich auch, bauen kommt wieder rein, aber wie es aussieht, kein Bauen. Lass mich raten, ich habe keinen Ton an dafür. Mir kennt es, der erste Fail fängt gleich gut an heute. Dialog, Filmsequenzen. Zack, würde ich sagen, geht mal nochmal rein. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gesehen. Sieht auf jeden Fall schon mal zehnmal besser aus, als sogar der Battle Pass Trailer. Die Sache, wir gehen immer mehr in Wozun rüber. Immer mehr COD quasi. Ist schon ein geiler Trailer. Ah, da ist die neue Waffe. Bam. Oh nein, nicht Jetpack. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe es schon im Teaser gesehen, äh, ein paar Leaks gesehen. Also, wie gesagt, wir sehen schon, die Amos-Raketenwerfer ist jetzt da. Baumodus, ich habe eben selber nochmal geguckt, ist überhaupt nicht drin. Also, wer bauen will, muss entweder, äh, kreativ spielen oder eben Arena. Weil hier bei Epic ist, äh, gar nichts. Ne, alles wie gehabt, da hat sich nichts geändert. Nur die Bilder haben sich halt geändert vom Solo-Duo-Team oder Trium. Also, in dem Sinne, denkt dran, wenn ihr ein bisschen Support da lassen wollt, lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo. In dem Sinne sehen wir uns auch gleich bei den Aufgaben und haut rein.